ja und schließen und so ich finde es lustig dass du gleich Schiss bekommen hast Achtung Verarbeitung ich hatte kein Schiss helft mir ich habe keinen Schiss ich dachte das wäre ein Bulle weißt du lass mich mal bitte rein ja drück mal U am Auto habe ich achso du hast ja warte mal ich such gerade den den Kupfer und ich muss sagen jedes Mal wenn ich irgendjemand zugucke und ähm Moment Moment das muss ich jetzt kurz sagen jedes Mal wenn ich jemand also so altes Live Videos gucke da sehe ich jedes Mal also die suchen irgendwas auf der Karte und ich denke jedes Mal Alter seid ihr blind oder was da ist es doch da ist es doch und jetzt bin ich selber auf der Karte ich habe keine Ahnung wo es ist oh Kupfermine Alter what the fuck wo wahrscheinlich arschweit weg 11,4 Kilometer das gibt einen Cut äh da ja da ja Kupfermine die liegt ja bei bei Kavala ja hat er ja auch gesagt direkt bei Kavala ja wir fahren einfach da vorne die Straße runter ja warte mal ganz kurz ich muss mal kurz mein Kopfhörer wechseln und die Ohren echt saugen jetzt ich will gerade sie haben ihr Ziel erreicht so gut ist das angenehm machst du Kupferm du musst dir auf Z drücken dann auf die Pickaxe und benutzen drücken wir haben nur ein bisschen Schiss warum denn? naja wenn hier irgendjemand in der Nähe ist und uns beobachtet ach was warum sollte das jemand damit da ein Geld kommt ach was ich glaube nicht und wie viel Körper hast du schon? ähm 8 wow du? ah 14 ich finde es bis immer so doof dass du dann immer in das Menü reingehen musst und dann wieder benutzen das ist entletzend sagen wir mal dass du lang bist unser Inventar voll ist oder? ja würde ich jetzt auch sagen da können wir uns auch noch überlegen ob wir das Quadreader verkaufen und äh uns dann ein größeres Auto noch holen wie er gesagt hat so ein Geländewagen weißt du? ja so ok ich habe 23 Cover ich suche schon mal die Kupferverarbeitung ja wir sind jetzt äh hast du denn eine Markierung über die Kupfermine gemacht? ja so eine schwarze ja warum denn? äh nur so hat es aber noch hier in der Nähe eine Kupferverarbeitung oder müssen wir jetzt wirklich da wieder hochdüsen? wir müssen wirklich hier wieder hochdüsen ist das alles nur ein Kupferhändler? ne Kupferverarbeitung wir müssen es ja erst noch verarbeiten dann müssen wir zum Händler wo ist denn der? ich habe schon sitzt du drin? ja hast du abgeschlossen? warte abgesperrt ok 5,7 Kilometer bis zur Kupferverarbeitung what the hell hehehe und jetzt kommt die Polizei und kontrolliert uns jetzt wäre es geil gewesen wenn der Polizei die vor fuck alter äh äh das war ein Polizist was zur Hölle ist falsch bei dem? oh ich dachte nämlich so oh Gott weißt du ich habe ja gerade mal gesagt Polizei kommt und dann ist ich so oh Gott Polizist und da fährt er uns volle Kanne drauf sowas habe ich noch nicht gesehen ey alter kommt da angeheizt wie ein Blöder und und fährt uns hinten rein ey die Polizisten von heute bester Grund ever wir sparen hier uns alles zusammen und dann kommt da so ein Bekloppter an und und fährt uns hinten rein ey vor allem ich habe noch gedacht ok der wird jetzt anmachen äh ich habe unser Licht kaputt gemacht ich bin gegen Stein gefahren wegen dir habe ich jetzt einen Lebenspunkt weniger ja ich auch ja sorry was sollte ich denn jetzt machen 88 oder 99 was na das ist 99 99 ja bei mir auch wie soll das gehen ey haben wir uns jetzt die Birne angestoßen am Dach vom Auto oder was boah leck ey das will ich sehen wie sie den Helikopter abschleppen kommt ein Absteckwacher und wird da einfach nur drauf gesetzt ne so so die Kette ran so wir schleppen jetzt ab kommt der Besitzer setzt sich hinten rein startet den Rotor und fliegt erstmal samten Abschleppwagen weg und dann so so hä irgendwie ist das Verhalten von dem Heli heute ziemlich komisch ja irgendwas stimmt nicht ziemlich komisch ich habe Schiss jetzt da durch die Landstraßen zu heizen da da können wir rum und jetzt steht da der bekloppte Polizist und knallt uns ab sie haben gleich ihr Ziel erreicht also eins weiß ich wenn wir von der Polizei angehalten werden und uns ähm Bußgeld ausgestellt wird dann würde ich sagen ja fragen sie mal ihren Kollegen was er gemacht hat ich würde es einfach auf den schieben dass unser Licht kaputt ist da ist er der Mann den Mann den wir suchen lass mich oh Copper Processing kostet nur ein Ding äh hast du abgeschlossen Copper Processing kostet nur 8000 ja Freunde ey das ist ja richtig gechillt Mensch und ich habe gedacht 30.000 ich habe dem Mann geglaubt der hat uns angelogen du hast ein Copper Processing für 8000 gekauft ja und jetzt musst du noch bei ihm anscrollen ein Processing Cover machen Z so jetzt haben wir 23 Kupfer schließen M so noch schnell raussuchen wo ist der Verkauf Eisen und Kupferhändler hm das heißt wir fahren jetzt runter wieder auf die Hauptstraße wo der Beklopfte uns entgegen kam und dann fahren wir da hm Hammer was denn das Fahren ist echt ein bisschen elendlich sollen wir lieber WoW spielen wegen woher alter slowmo wie du gerade gelaufen bist ja weil World of Largecraft das ist ja schon lange nicht mehr so tanzte ich habe abgesperrt 23 Stück habe ich ich auch so warte Z speichern sind 4,3 Kilometer bis zurück und wenn wir jetzt echt Pech haben und alter da hinten kommt ein Auto das buggt siehst du diese Lichter ja das ist ein Auto oh Gott der kommt hierher ja der kommt da der kommt da alter ich fahre ich fahre irgendwie keine Ahnung ja fahre gegen den Zaun wo ist er ich habe echt Schiss da kommt's wir sind gar nicht da Alter ich bin gerast oh mein Gott oh mein Gott ist er vorbei nein der ist der geht erst im Koffertipp da what the fuck man so jetzt kann man alter kommt da so ein Auto her gezuckelt ey aber in einem Affenzahn ey nee bei mir ist der so hin und her geflogen nee bei mir ist der richtig krass gerast hier komm schon fahre gegen den Leitpackett du es verlohend ah Tankstelle nee brauchen wir nicht noch nicht Benzin ist noch genug da aber warte mal an der Tankstelle kann man glaube ich auch Werkzeugkästen kaufen scheiße zu spät egal gehen wir erst verkaufen dann gehen wir zur Tanke holen uns Werkzeugkasten und dann mein welcher Tanke verkauft er denn nicht einen Werkzeugkasten ich weiß grad gar nicht aber ich glaube schon dass man eine Tanke Werkzeugkasten kaufen kann 300 Meter noch boah weißt du auch was ich grad Lust hab auf den Erdbeerkuchen der draußen liegt warte wir gehen jetzt noch kurz verkaufen dann kannst du den Erdbeerkuchen holen wer ist das ist es der Händler verkaufen das ist der Händler das ist der Händler das ist der Händler und jetzt noch ein größeres Auto und wir sind wir sind rich people alter rich people rich people Das war's für heute.